Wenn man so klein ist, sieht man schon wieder ganz komisch aus. Irgendwie komisch. Aber gut. Ja, den ein oder anderen müssen wir jetzt aber nicht bekämpfen, sauber nicht hab. Voll haben wir neue? Ich hab's mir schon gedacht. Okay, da kommt noch so einiges dazu. Da kommt noch so einiges dazu. Gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen. Aber derweil, haben wir bis jetzt mal alle Kopfgelder. Bin gespannt. Bin definitiv gespannt. Also es wird wahrscheinlich noch ein neues Gebiet geben. Rechne ich jetzt mal stark damit. Oder, was weiß ich. Bin gespannt. Bin definitiv gespannt. Ich glaub, dass es noch ein, zwei neue Gebiete geben wird. Wahrscheinlich, weil der Havara da irgendeine Hilfe braucht oder irgendwas in der Richtung. Irgendwas wird da immer kommen. Irgendwas kommt immer. Irgendwas kommt immer. Wie bitte schauen, ich Hemphrein. K-kannend so einiges. H-ehr? Bist du das? Es ist nicht so großartig? Er ist so großartig. Ich bin es nicht so großartig. Ich bin sehr großartig. Und treffe ich ab. Bis dann ist es aus keinemieselwert. Ich denke, ich dachte, es ist gut. Die große. Genau. Das gibt Rache, das gibt Rache. Die werden mitgenommen und in die Crew aufgenommen, aber die nicht. Uh, das geht gar nicht. Uh, uh, das geht gar nicht. Nein, 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 nein. Das gibt Rache. Ich sag's euch. Fix Rache. 100%. 100% Rache. Ich sag's euch jetzt schon. Oh je, oh je, oh je, oh je. Es wird fix Rache geben. 100%. Oh je, ungeklapp. Das kann mal wieder was werden. Das kann mal wieder was werden. Oh, oh, oh. Er wurde eh schon der Arne. Er wurde eh schon. Er wurde eh schon. Na dann. Let's go. Nur 1 gegen 1, das wär's. 1 gegen 1. Oh. Okay, man fällt einen in die Fresse gekriegt. Büsste. Oh, Spezialfähigkeit. Oh, schau. Da haben wir doch das ein oder andere Neue drauf. Aber trotzdem, ach, ob das einmal Gear 2 hier auspacken wird, aber anscheinend nicht. Da haben wahrscheinlich die SP nicht gereicht. Maler, Schlag und Tschüss. Ja, sollte reichen. Sollte definitiv reichen. Von dem kriegen wir mehr Erfahrungspunkte von den letzten paar Gegnern. Na gut. Ach so. Ja, genau. Digga. Yo, alles klar. Einfach plötzlich verkühlt oder was? Einfach plötzlich verkühlt oder was? Das Praktische ist jetzt in dem Fall wirklich, dass wir überall herumlaufen können, so wie wir wollen. Der Nächste ist ja schon ein bisschen sehr penetriert aus Havara. Schaut ein bisschen sehr mitgenommen aus, sagen wir es mal so. Ja, das ist nicht so. Wir wollen es nicht so. Es ist nicht so, dass wir es nicht so. Genau. Das war gut, Hussopp. Das war's. 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 Da kommt jedes Crew-Mitglied dran. Möchtest du so? Da kommt jedes Crew-Mitglied. Jetzt kommt jedes Crew-Mitglied dran! Au! Uuuuuhh! Warte, warte! Ich hab's gesehen, dass du vorhin noch stärker bist! Das war gut! Das ist eine Chance! Das ist eine Chance! Wirklich so eine 1-on-1-Battle, ich sag's euch, oder? Der, die Kung-Fu- Robert will ihn wegklatschen! Er könnte ihn wegklatschen, ich sag's euch! Ich glaube, du machst jetzt mal langsam eine Heilung! Wir machen halt so eine Suppele! Weil wir immer mal definitiv neid schlagen! Aber jetzt, Avara! Also, du brauchst ja auch mal wieder SP! Ach, vor! Steppert, der kommt aber schon lange, Alter! Avara! Traurig! Und tschüss! Weg, Emilian! Ist tot, Deppert hat das lange gedauert! Havara ist aber schon lange, nicht mehr kommt zu einem langen Kampf. Geil. Richtig beeindruckt, war der Kampf jetzt aber auch nicht, aber na gut. Irgendjemand muss sich versorgen, Havara. Er ist komplett hier, der Havara. Komplett hier. Hat es vergessen. Na, Havara kann es komplett vergessen. Gehe ich überhaupt noch richtig? Ja, wenn wir schon... Wenn wir schon irgendeinen Havara finden, hätte ich gesagt. Irgendein Havara finden wir fix. Aber nicht, gehen wir halt einfach geradeaus weiter. Irgendwo werden wir schon landen. Irgendwo werden wir schon landen. Bei einer anderen Ebene wird dann doch vielleicht eher das Rufzeichen dann am Start sein. Vielleicht dann doch. Ja, schon wieder die Kung-Fu-Robe. Alles klar. Ruffy? Ruffy? Das wäre jetzt dein Make-Moment. Oh, ja. Er legt schon wieder los. Die Gun-Videe! much-Krink! Oh-oh-oh-oh-oh-oh! O-oh-oh-oh-oh! G-g-g-g-g-g-g! Und? Ach! Schaf der Leiner nicht. Ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei! Nicht zu tragisch! Nein zu tragisch! Kein P-P-P-Bonus. Steht aber drüber, da fuhr er nur gegen den anderen Gegner da. Und dann jetzt auch. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß, ich. Nicht so tragisch. Aufzeichnen werde ich aber nicht, gell? Nein, nein, nein. Bis wieder mal... Ja, wollte ich grad sagen, so bevor wir da mal irgendwie finden, das ist wieder ein anderes Thema. Ich hätte jetzt aber gar keinen gesehen. Weißt du, was ich meine? Und das muss eigentlich... ...irgendwo hier sein. Sonst bist du definitiv am Arsch. Hast du ein ganz, ganz bestimmtes Winkel? Na gut, dann würde ich halt einfach sagen, dann nehmen wir mal ein anderes. Ich hätte jetzt aber gar keinen bestimmten Winkel. Weil sonst bist du am Arsch. Sonst bist du definitiv... Ach so, das ist so AG. Ach so, ach so, ach so. Haben wir jetzt schon drauf gehabt. So, boah, okay. Das könnte jetzt nicht sein. Nein. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Sicher, sicher. Schau mal meine. Hehehe. Ah, der Bereich ist jetzt irgendwie so verdächtig. Finde ich. Meine Meinung nach. Dann wird einfach keinen Rufzeichen, der am Start ist. Das ist schon ein bisschen verdächtig, dass der allermals durch ein Rufzeichen ist. Weil normalerweise grad storytechnisch zeigen Sie dir, glaub ich, teilweise gefühlt jeden Scheissgeistrick. Ah, der Bereich ist jetzt Ah, da ist eine Robbe Könnt das vielleicht wieder so eine Art Hinweis sein Ich schau nochmal ganz kurz nochmal zurück Weil es kann nichts Oder es gibt dann noch einen Bereich Ja, auf dem, was ich vielleicht vergessen habe Ja, dass wir da vielleicht Ja, genau, dass wir da runter müssen Oder kann ich da wenigstens Ja, passt Ja, schau nochmal Ja, bin ich schon wieder richtig Bin ich schon wieder richtig Ich habe es mir schon getan Normalerweise Ruhzeichen Ruhzeichen Ja, hier muss man wieder weg Geglatscht werden I brauchen Ich hab den Puff da! 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 Ja genau! Däger! Ah, 170 ist aber nicht viel! 170 ist aber überhaupt nicht viel! Ja, in letzter Zeit... Lissab, du enttäuscht mich! Ich erwarte mich in letzter Zeit ein bisschen mehr von dir... Kollege! Das ist neu! Das ist neu! Perfekt! Schmeckt, schmeckt! Ja, da geh ich gern durch! Da ist Kiste! Da ist... Da ist doch eine zugemachte Kiste! Digi? Muss ich? Ah ja, ich muss mit der reden! Etwa da kommt, weil ich kann nicht so umgehen! Let's go! Ganze Crew oder nur? Ah ok, die ganze Crew! Alles klar! Oje, die werden wieder weggeklatscht! Oje, 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 oje! Oje, 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 oje! Oje, oje! Ich sehe schon! Und weg! Nein! Das kleine Stück! Komm schon! Als ob das dann einer mal so ein Gegenkontor da herkommt ist! Sog's euch! Zauro! Anscheinend musstest du mal wieder alles erledigen! Sehr traurig da! Hast du ein paar SP? Hast du recht! Du bist der betrüft, voll! Oh, ich bin jetzt fix nur auf die Tippen und schlug! 100 Prozent! Ha! Praktisch! Ich wollte gerade sagen, sie hoffte Schlag-Sitzel richtig! Und? Jaaaa! Sehr gut! Ich bin jetzt mal wieder auf die Tippen! Ich bin jetzt mal wieder auf die Tippen und schlug! normal normal so genau genau normal hinschlagen jetzt aber kann man nicht wissen da schaue immerhin mal wieder ein bissel bonus ich glaube die wollen eine runde 2 das ist der richtige Danke. Okay. And then I'll just go back. I'll ask you, Rimu. I can't go back right now. I can't go back to Memoria. I don't have to go back to Memoria. I don't have to go back from Memoria. I don't have to go back from Memoria. What? You're going to go back to that sea again? I don't know if I can go back to Memoria. No! No! Memoria is a cube that is created in this world. If you break it, you'll know what happens. No, Osopp. You'll never touch that cube. No! I'm not going to touch the cube. Okay! Then I'll go back to the sea again. But I'll go back to the sea again. Let's go! I'll go back to the sea again. Ah, perfect. Okay! Let's go! Let's go! Oh! 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 Yeah. I'm not Podcast. Let's go to the sea again. Let's go. Let's go! Ich hab nichts gesagt. Ich hab überhaupt nichts gesagt. Passt. Jetzt schauen wir mal vorbei. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der hat auch eine Stärke der Gegner. Die sind euch dazugekommen. Würde es mich aber auch interessieren, ob da nicht doch noch die ein oder andere neue Nebenquest dazukommt. Jetzt, wo es dann langsam wieder heißt, wir können zurück. Wir können zurück auf die Insel. Schauen wir mal vorbei. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der hat auch eine Stärke der Gegner. Die sind euch dazugekommen. Würde es mich aber auch interessieren, ob da nicht doch noch die ein oder andere neue Nebenquest dazukommt. Jetzt, wo es dann langsam wieder heißt, wir können zurück. Wir können zurück auf die Insel. Schauen wir mal vorbei. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der hat auch eine Stärke der Gegner. Die sind euch dazugekommen. Würde es mich aber auch interessieren, ob da nicht doch noch die ein oder andere. Schauen wir mal vorbei. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der hat auch eine Stärke der Gegner. Die sind euch dazugekommen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Schau mal die Tante an. Servus, grüß dich. Du könntest aber schon mit der Grinser da... ...da, da, 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 hier kommen, oder? Die Belohnung gehört uns. Geil. Steppere, die vergift uns die Olle sicher noch 100% immer gegen die Kämpfe. Was ist denn... Hey, hey. ...dass die vielleicht wenigstens ein bisschen an die 10. stärker sind. Aber na gut, weil die sind ja jetzt quasi neu freigeschaltet worden. Die Gegner da. Na, schade, 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 so die neuen Kopfgelder. Bye. Und? Ja, schön weggeklatscht. Hahaha. Sehr gut. Perfekt. Perfekt. Haben wir zwar trotzdem erwartet, dass die vielleicht ein bisschen stärker sind, aber na gut. Wir wollen sowieso nur den Kopfgeld. Hahaha. Geil. Ähm... ... ... ... ... ... ... ... Jetzt erkenne ich es erst. Das waren keine 2 Millen von 20 Millen. Wow, 200.000. Auf ganz, ganz köstlich schmächtlich. Bist du, Teppert. Würde es mir interessieren. Das könnten aber dann die Kopfgelder sein wahrscheinlich. Würde ich in dem Fall behaupten. Entweder sind... Nein, 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 nein. Die Kopfgelder würden nicht so ausschauen. Nee. Aber, das schmeckt. Das schmeckt mal wieder. 20 Kämpfe im Grab. Das würde ich früher sagen. Aha. Nebengeschichte Jaja-Würfel. Ah, das werden wahrscheinlich dann die Extra-Missionen dann noch sein. Ja, genau, genau, genau. Das werden dann genau noch die 3 Missionen sein, die es dann halt noch fehlen. Fast, gut zu wissen. Dementsprechend würde ich mir sagen, kannst du mir wieder eine Schnelle-Reise-Tortier machen. Auf zum nächsten. Die suchten Brüe. Ah, das werden wahrscheinlich dann die Extra-Missionen dann noch sein. Ich will mich einfach schleichen und dann machen die ganze Zeit wicke, wicke, wicke. Ich glaube, wieder bloß nicht. Passt. Nächster Kandidat, bitte danke. Muss ich mal... Bist du ein Mann oder eine Frau? Däger. Wir schauen aus, manche. Bist du däppert. Na gut. Let's go. Let's go. Mayo. Heißt der... Heißt der Havara-Wiki, Mayo? Ich denke die ganze Zeit jetzt irgendwie nur ein Mayonnaise. Ich weiß nicht. Er heißt der Brie wirklich Mayo. Heißt der Brie wirklich Mayo. Ich muss mir schon sagen. Sehr, sehr schöner Hintergrund. Na, aber ich muss trotzdem sagen, ich hätte mich da hinzufügen gefreut, ob es den einen oder anderen stärkeren P-P-P-P-P-Re, aber nee. In dem Fall nicht. Aber wenn mich da jetzt der ein oder andere attackiert, ja, da soll ich mal da herkommen, wenn nicht, dann nicht. Ich bin aber gespannt, wie ich dann die anderen Nebenquests einmal wiederkriegen könnte. Wenn ich dann explizit separat wieder mal hierher kommen muss. Oder vielleicht doch, wenn ich halt den einen oder anderen gesuchten Havara erledigt habe. Es kann... Wird mich jetzt aber wirklich dann interessieren, dann fürs P-P-P-P-P-Re, aber nee. In dem Fall nicht. Aber wenn mich da jetzt der ein oder andere attackiert, ja, da soll ich mal da herkommen, wenn nicht, dann nicht. Aber ich bin aber... Jetzt können wir mal miteinander reden. Und ja, äh... Die, die Ruhe, die schauen aus wie bei einer Frau. Hier kommen muss. Oder vielleicht doch, wenn ich halt den einen oder anderen gesuchten Havara erledigt habe. Das kann... Ein Versuch ist wert. Er redet und redet, oder? Ja, redet. Hi. Hi. Hey. Hey, hey, hey. Oh? Nani? Doh, yukude da? Yabai. Na dann, let's go! Da war ein bisschen Dempeter, da war eine sexy Tätowierung da am Stadt. Ja die sexy Tätowierung ist schonmal wieder weg, haha! Ich will schon wieder komplett übertreiben, der Hoverer. Ganz, ganz gefährlich. Ganz, ganz gefährlich, der Brie. Ich will mich gleich übertreiben, der Junge. Na, mir hat mal wieder gezeigt, was das alles drauf hat. Und eine in die Fresse und weg ist er. Da ist er jetzt aber richtig schön weggeklatscht worden. Das wäre ja gar nichts ganz gefährlich, der Brie. Ich will mich gleich übertreiben, der Junge. Wo er recht hat er recht? Steppert 130.000. Boah, schmeckt. Also die Kopfkälter schmecken. Die Kopfkälter schmecken. Ha, Hoverer. Es ist nicht schlecht. Schauen wir sich jetzt aber trotzdem mal ganz kurz wegen den Nebenquests. So, auf den ersten Blick ist jetzt da aber nichts. Oder gibt es noch Worte, die wir sonst noch nicht waren? Klappt nicht. Wir waren sonst eh überall. Vielleicht nur die ein oder andere Ebene, aber sonst. Schauen wir sich dann halt nochmal um, wenn wir dann... Na? Alle gesuchten haben. Dann schauen wir sicher um. Dann wird vielleicht die ein oder andere Ebene fest freigeschalten. Oder wenn wir wirklich dann wieder mal vorbei kommen sollten. Na, muss dann wirklich eigentlich dann im Endeffekt dann erst später kommen. Naja. Ja, im Endeffekt schauen wir sich dann halt nochmal um. Ja.